Hallo und Willkommen. Ich bin Meister Lehnsherr and you're watching Get Germanized. German History read slowly. I am bored. What should I do? Ah, ich weiß. Get Germanized. Wilhelminische Zeit 1890 bis 1918 Der Zeitabschnitt von 1890, dem Jahr der Entlassung Bismarcks, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 1918, wird in den Geschichtsbüchern das Zeitalter des Imperialismus genannt. Der Imperialismusbegriff erscheint aus weltgeschichtlicher Sicht zweifellos angebrachter. Er deutet auf das diese Epoche charakterisierende Streben der europäischen und der neuen außereuropäischen Großmächte USA, Japan hin im Wettlauf miteinander sich durch den Erwerb über seescher Kolonien eine Weltmachtposition aufzubauen. Aus deutscher Sicht ist auch die mit dem Namen des Kaisers verbundene Bezeichnung gerechtfertigt. Die von Bismarck stets befürchtete, aber mit seinem kunstvollen Bündnissystem geschickt verhinderte Entwicklung war Wirklichkeit geworden. Das auf Revanche sinnende, bisher isolierte Frankreich gewann einen Bündnispartner. Die Gefahr eines Zweifrontenkrieges war für das Reich nun nicht mehr auszuschließen. Aber weder der Kaiser noch die Reichsregierung trafen Anstalten, nun auf die britische Karte zu setzen. Der Kaiser tat das Seine dazu, durch großsprecherische und ungeschickte Äußerungen die Briten vor den Kopf zu stoßen. Der Anschluss Großbritanniens an die französisch-russische Entente war die logische Folge des deutschen Fehlverhaltens. So blieb dem Deutschen Reich als einziger Bündnispartner nur der Habsburgische Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn. Aber gerade die unglückselige Verstrickung der Donaumonarchie in die hochexplosiven Balkankonflikte riss das Reich nach dem Mord von Sarajevo in die Strudel der unentwirrbaren Interessengegensätze und nationalen Leidenschaften, aus denen schließlich von niemandem gewollt, von allen Großmächten aber einkalkuliert, der große Krieg entstand. Die Begeisterung, mit der der Krieg in allen beteiligten Völkern begrüßt worden war, erlosch sehr bald im Grauen der Materialschlachten. Mit dem Kriegseintritt der USA und dem politisch-militärischen Zusammenbruch Russlands wurde das Jahr 1917 Krise und Wendepunkt des Ersten Weltkrieges. Aber erst nach dem Versuch, mit der Frühjahrsoffensive 1918 doch noch die militärische Entscheidung zu erzwingen, gescheitert war, gab Ludendorff die Aussichtslosigkeit der Fortsetzung des Kampfes zu. Verlangte jetzt plötzlich die sofortige Aufnahme von Waffenstillstandsverhandlungen und verordnete selbst die seit Kriegsbeginn überfällige Parlamentarisierung der Verfassung. In Compiègne unterschrieb der deutsche Delegationsführer, der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, den Waffenstillstandsvertrag, der einer politischen und militärischen Kapitulation gleichkam. An allen Fronten schwiegen die Waffen. Der mörderischste Krieg, den die Weltgeschichte bisher erlebt hatte, war zu Ende. If you enjoyed this video, please leave a like and subscribe to the channel if you haven't yet. Also consider becoming a patron on patreon.com slash getgermanized to make more videos like this possible. Also consider becoming a channel member by clicking on the join button next to the subscription button here on YouTube. And apart from that, thank you very much for watching, don't forget to get germanized, goodbye and auf wiedersehen.